Hallo, jetzt bin ich hier, ne, ich wollte nicht in meiner, ich wollte hier, wo war er, äh, da, hier wollte ich doch noch irgendwie weiter eigentlich, ja, ich wollte hier irgendwie noch eine Verbindung schaffen. Es gibt zwar hier eine mit dieser kleinen Kackstraße hier, die will ich aber, will ich irgendwie von, will ich verbessern. Das mache ich erst, bevor ich dann da hinten an die andere Straße gehe. So, dann nehmen wir, äh, ja. So, dann wieder runter. In einer schönen Verbindung nach da. In einer schönen, hässlich, wie gesagt. Das ist eine schöne Verbindung. Gut. Alles etwas anheben. So. Perfekt. Jetzt nur noch hier eine Verbindung schaffen. Dann macht mir das Spiel ja nichts vor. Einfach hier eine Verbindung ziehen. Oh. Der Doulashock, das war im ersten Teil mein Lieblingszug. Und asiatische LKWs, glaube ich. Die sind für mich asiatisch aus. Oh, dieser, der ist so cool, der, äh, da gehen nämlich 200 Leute rein, der kann 200 fahren. Sieht schick aus. Und, äh, ja, irgendwelcher Farbe, weil sie sind. Uah, das freut mich. Ich hab mich schon gewundert. Also, ich wusste, äh, in Teil 1 mein Lieblingsfahrzeug. Ähm. Und ich hatte schon Sorgen. Den gibt es denn zwei nicht mehr. So, und die Cargo. Oha, die können, der kann ja 25. Der kann nochmal 32. 160 kostet halt auch mehr. Und ein Kipplaster für solche. Wir werden jetzt aber nicht alles austauschen damit. Cool. Und bei Passagiere, was gibt es jetzt noch? So, Sprinterdinger. Ich glaub, sowas ist nicht wirklich interessant eigentlich. Und bei Tram. Von Tramdepot. Ja, Winkelbach hat eine Tram. Ich brauch noch ein Tramdepot. Da. Ja, das war das falsche Scheiße. Da, Tramdepot. Da gab es auch neue. Die... 37 nur, aber... 70, 60. Die ist halt schnell da ein bisschen. Und sieht schick und modern aus. Cool. So, wie wird unsere Straße hier benutzt? Oh, jetzt wird das hier zu nah. Och. Spiel. Wie willst du mich verhaschen? Muss ich da... So eine Spielereigentumstümerstraße. Ich glaube, dann macht verändert hat Spieler nichts. Ich bin mir aber nicht sicher. Probieren wir hier einfach mal aus. Ähm, gut. Wir waren hier unten dran. Einfach so. Und von hier, dass das hier auch noch weiter geht. So. Da darf keine Ampel entstehen, doch. Ich hasse Ampeln. Ampel weg. So jetzt hier mit einer Brücke drüber. So jetzt hier mit einer Brücke drüber. So. Könnt ihr hier sogar noch theoretisch ein Schiffchen durchfahren. So. Ich muss sie irgendwie hier... Oh. Boah. Enge Kacke. Alles enge Kacke. Diese Straße nervt mich. Was macht die? Hässlich sein macht die. Lass mal weg. Wir verbeten die gleich neu. Ähm... Glättungstool. Ähm, Glättungstool. Die Straße hier. Die Straße hier. Reißen wir ihn auch weg. Wir nehmen hier die dafür. Dafür müssen wir die hier irgendwie unter diese... So. Kill. Sauerstabtool. So. 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 Das ist doch okay. Perfekt. So. Die ist jetzt zwar eine interessante Führung. Aber ich würde jetzt hier gerne einfach... Damit das nicht so abrupt endet. Hier kommt hier ein Kreisel hin. Ich mag ja diesen Kreisel. Aber nur mit zwei Spuren. Aber nur mit zwei Spuren. Da füllen wir die jetzt einfach von hier rein. Und von hier so eine Citystraße. Und von hier so eine Citystraße. Perfekt. Ich hoffe, die wird jetzt... So. Das ist doch schon mal was. Mal gucken, ob die hier benutzt wird. Oh. Hier waren wir noch nicht mit dem... Klettungstool, glaube ich. So. Wir können mal aber eben gucken, ob das hier vielleicht... Die Brotversorgung besser geworden ist. Weil ich den Zugfahrt schneller gemacht habe. Äh. Hm. Dann müsste ich... Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das verbessern kann. Das ist auch eine... Schwierigere Baustelle. Als hier ein paar Straßen ziehen. So. Ich finde... Die hat hier ein... Großdorf. Und danach hier ist es doch gut verbunden. Weil das ist ja schon... Spree und Spree hier mit. Das ist gut. Man könnte jetzt noch hier eine Querverbindung machen. Aber... Thema Querverbindung. Wie überfüllt ist diese Querverbindung? Geht. 160 sind hier gerade. Also man könnte, um Gewinne zu maximieren, vielleicht noch ein oder zwei Wagons wieder wegnehmen. Ich lasse aber dran. Ich mag so viel Geld. Ich habe 18 Milliarden. Und das Geld steigt und steigt und steigt. Ich wollte aber noch irgendwo... Ah ja, hier. Diesenstraßenzipfel. Ja. Wo führe ich dich hin? Entweder nach Wimpatzing. Oder nach Vogtburg. Oder auf diese Verbindungsstücke hier. Machen wir mal von irgendwo hier. Dann schlängeln wir uns mal los. Ach, das sind Straßen, die das Kurventool... So. Perfekt. Hm... Hm... Hierса drüаксим... Untertitelung. BR 2018 So, hier so ein bisschen durch die Berge füllen. So, bis hier. Hier nochmal einen abreißen. Sonst könnte dazu Schubitz werden. Das geht. Nicht, weil Dax hier für Strafen sind, werden wir erstmal mit sein. Hier sieht es auch besser aus. Gut. Schlingel, 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 schlingel. Dann nach hier. Hm, sieht jetzt halt hässlich aus. So, das sieht jetzt noch hässlich aus. Aber... Wir werden mal eben etwas Geld in die Hand nehmen. Ja, das ist das Klettungstool. So. So. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch mit diesem Mal-Tool hier ein bisschen... Das ist das Fatschel. So. Ein bisschen mit dem. Oh, oh. So. 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 Und jetzt müssen wir mal eben die Stärke auf das Halbnummer... So. 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 So, so. Ich will eigentlich nur ein paar Bäumchen hinzufügen. wie sieht das aus wenn wir zum beispiel in so einer stadt damit viel besser viel schöner und vom grünen dringend in der hauptstadt machen da habe ich das schon mal gemacht aber weil ich war jetzt auch am wochenenden die stadt in düsseldorf und kumpel besuchen und dann waren wir da auf so einem street street festival an der kö und das ist da ja eigentlich mega schön durch die ganzen bäume da auf der königsallee und dann sind da ja auch diese riesigen parks direkt in der city das war schon echt schick das war schon echt schick alles klar wir sind soweit mit der straße eigentlich durch würde ich sagen oder wir haben satt verbunden wir haben die so hier wir sagen hier könnte man noch viel zwischen hier so quer durch das war schon gut perfekt was wir noch gar nicht haben glaube ich ist eine boot eine menschenboots verbindung wir haben nur also wir könnten kadenbach und vogt das sind die einzigen die am wasser liegen glaube ich glaube ich hier spende oder drei hof lohnt sich halt nicht wir haben halt auch nur diese zwei flüchtchen da das war auch nicht viel und weil wir können wir haben hier die straße eigentlich benutzt die lötere wollen nicht von mantaus nach wim schade dann macht keinen sinn die sind was sagt dann unser aktuell gibt es kaum stau hier ein bisschen in den städten selber minus 10 ja ich habe mich damit abgefunden so lege noch ob wir nicht karnbach noch im flughafen spendieren könnten könnte man von karnbach mal das leben mit dem flugzeug verbinden jo das könnte man machen dann müssen wir aber hier auch noch also an so einem terminal können 100 leute nur warten ok gut dann kriegt karnbach flughafen hier hinten hin so ein bisschen so So, hier so, bumm, dann Terra-Tool, so, so, aber wie wir den anbinden und Nützlichlinge machen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, schaum.